Hallo und herzlich willkommen zu FragLars. Heute alles rund um das Thema Evernote, eine meiner absoluten Lieblings-Apps. Und es geht heute darum, um Evernote gegen OneNote. Es geht um die Datenablage in Evernote und die Struktur der Datenablage in Evernote. Und vorab möchte ich euch noch kurz davon erzählen, ich war vor ein paar Wochen ja von Evernote Zürich, also dem Headquarter hier in Europa, eingeladen worden. Da haben wir ein bisschen so einen Ausblick gekriegt, wie sich Evernote entwickeln wird. Und Evernote wird ganz, ganz stark das Business-Modell, also Evernote Business, pushen und hat da neue Funktionen vorgestellt und so. Das war richtig stark, was da auf uns zukommt. Also ich freue mich schon drauf. Wir nutzen es ja in meinen Firmen, nutzen wir Evernote Business für die Ablage, die Datenablage in der Firma. Und da kommen richtig tolle Sachen auf uns zu, nächstes Jahr, also 2018. Also da freue ich mich drauf. Kommen wir aber jetzt mal zu den Fragen. Aber ihr könnt euch natürlich auch darauf freuen, klar. Also die erste Frage ist von Andreas. Ich verwende derzeit OneNote und habe mich gefragt, ob ein Wechsel zu Evernote der richtige Weg ist. Ich konnte leider bei Ihnen nichts finden, ob Sie mal einen Beitrag dazu gemacht haben. Daher würde ich gerne wissen, was Ihre Meinung zu OneNote versus Evernote ist. Ja, vorab erstmal, es ist ein Vergleich geplant. Ich habe einen Experten, was OneNote angeht, eingeladen. Wir wollen uns mal so ein bisschen battlen, was jetzt wirklich besser ist. Weil ich kenne OneNote wirklich nur sehr oberflächlich. Ich habe damit natürlich auch schon mal so ein bisschen gearbeitet, mir das angeguckt, um mir ein eigenes Bild zu machen. Aber ich möchte gerne mal jemand, der vielleicht OneNote so gut kennt wie ich Evernote, dass wir uns mal in dem Podcast dann so ein bisschen battlen, was jetzt wirklich besser ist. Aber jetzt mal meine Beweggründe, wolltest du ja wissen. Und bei OneNote, was da anders ist als bei Evernote, ist die Ordnerstruktur. Es gibt da, ich weiß nicht, ich glaube beliebig viele Ebenen. Ich kann so Ordnerstrukturen da anlegen. Das gibt es bei Evernote ja nicht. Da gibt es ja nur Notizbücher und Stapel, also zwei Ebenen. Das ist bei OneNote deutlich mehr. Dafür ist natürlich bei Evernote die Schlagworte, sind da, stehen da im Fokus. Und Evernote sagt ja eher, schlanke Notizbücher mehr Schlagworte nutzen. Und das bietet OneNote in diesem Fall oder in diesem Tiefe leider nicht. Dann ist natürlich bei OneNote herausragend die Integration in die ganze Microsoft-Welt. Also wenn ich mit Word, mit Excel und mit Outlook und so arbeite, da ist OneNote natürlich dann voll integriert. Ein riesen Pluspunkt. Das bietet Evernote nicht. Aber wenn man gar nicht Microsoft-Produkte nutzt, so wie ich, braucht man es auch gar nicht. Und was OneNote auch noch besser kann als Evernote, ist die für handschriftliche Notizen. Also da ist Evernote wirklich sehr rudimentär unterwegs. Das funktioniert eigentlich nicht, kann man nicht empfehlen. Aber bei OneNote ist es aus meiner Sicht auch nicht so gut, dass ich es bevorzugen würde, irgendeine Notiz-App, die das wirklich richtig gut kann, wie GoodNotes oder Noteshelf. Also da kann ich sagen, ist OneNote besser als Evernote, aber noch lange nicht so gut wie irgendeine spezielle Notiz-App. Ja, wo die Stärke von Evernote liegt, ganz klar bei mir in der Suche. Also die Suche, Evernote sagt ja auch gar nicht, es ist keine Suche, es ist ein Finden in Evernote. Und das muss man wirklich sagen, es ist wirklich richtig gut. Und im Business-Bereich gibt es diese kontextbasierte Geschichte auch noch, wo man wirklich dann kontextbasiert zu seiner Suche sehen kann, was andere Notizen dazu passend, sucht Evernote direkt raus. Also richtig, richtig klasse. Also das kann OneNote so nicht. Und ich kann euch eins sagen, die Suche wird noch viel besser bei Evernote. Also das wird 2018 auch nochmal deutlich verbessert. Ja, und das Hinzufügen von Informationen in Evernote ist meiner Ansicht nach auch deutlich besser gelöst. Also so ein Web-Clipper zum Beispiel, wo ich einfach im Browser, wenn ich eine interessante Webseite sehe, mir die ganz schnell mit einem Klick mal eben in Evernote ablegen kann. Das finde ich wirklich richtig klasse. Ich kann direkt Schlagworte vergeben, damit ich die hinterher auch wiederfinde. Das ist super. Auch das bietet OneNote in der Form leider nicht. Also jetzt, warum ich Evernote nutze. Also für mich überwiegen die Vorteile mit dem Suchen und Finden natürlich. Die Schlagworte, die ich sehr exzessiv nutze, die brauche ich auch. Und das Hinzufügen Informationen. Ich habe da mal einen Artikel zugeschrieben auf meinem Blog. 13 Wege meine ich woanders, wie man Informationen in Evernote ablegen kann. Guckt euch das mal an. Dann werdet ihr da wirklich sehen, dass das wirklich richtig klasse ist, wie man da Informationen reinbekommt. Und ja, grundsätzlich auch, ich bin ein sehr ästhetischer Typ und mir gefällt auch die Optik von OneNote nicht. Diese vier Etagen da in der Menüleiste, so dieser Microsoft-Look, der gefällt mir nicht. Das kann Evernote auch aus meiner Sicht deutlich besser. Ja, ich finde das einfach mit diesen Menüleisten irgendwie grausig. Okay, aber das ist Geschmackssache. Da musst du dir dein eigenes Bild machen. Okay, das war die Frage zu Evernote versus OneNote. Jetzt kommen wir mal zu einer Frage von Patrick. Evernote gefällt mir sehr gut für dienstliche und private Nutzer. Jetzt fragt er, lagern die Daten nur in der Cloud oder zwangsläufig auch auf der lokalen Festplatte? Also, das ist grundsätzlich so. Evernote lagert alle Daten in der Cloud. Aber wenn du einen PC oder einen Mac, sei es Laptop, sei es Desktop-Rechner nutzt, dann sind alle Daten auch lokal auf deiner Festplatte gespeichert. Und das ist ein Riesenvorteil, weil du dann nämlich direkt auch ein Backup hast. Sprich, wenn du mal irgendwie einen Datenabsturz hast oder du hast Sorge, dass Evernote mal die Daten verliert, was aber nie passieren wird, du hast immer noch lokal eine Datensicherung. Das ist super. Zur Größe ganz kurz kommen auch Fragen. Ich glaube, das hatte der Patrick auch mitgefragt. Wie groß das ist, wird dann die eigene Festplatte wirklich richtig zugemüllt? Da kommen da so viele Daten drauf. Also, ich habe mittlerweile 14.000, über 14.000 Notizen in Evernote liegen. Und bei mir macht das Ganze 12,3 Gigabyte auf meiner lokalen Festplatte aus. Muss man wissen. Ich finde, die Größe ist noch in Ordnung. Aber natürlich wird da Plattenspeicher von belegt. Anders ist es, ganz wichtig noch, auf dem Tablet oder auf dem iPhone oder auf dem Smartphone. Also, auf dem Tablet, iPad oder Smartphone, iPhone, werden die Daten liegen, die nicht lokal. Sondern der greift immer auf die Cloud zu. Das bedeutet, er muss online sein, um auf die Daten in der Cloud zugreifen zu können. Also, da haben wir diese duplizierten Daten nicht. Jetzt fragt er noch, kann man Evernote beibringen, eine externe Festplatte zu nutzen? Lokal? Das geht leider nicht. Nein, da ist eine ganz kurze Antwort einfach. Und dann fragt er noch, kann man dann von unterwegs auf die Daten zugreifen? Ja, mit dem PC oder Laptop liegen sie ja da. Mit dem iPad nur oder mit dem iPhone nur, wenn man Internetverbindungen hat. Aber da gibt es auch eine Einschränkung. Ich kann einzelne Notizbücher, den kann ich sagen, offline verfügbar machen. Das ist eine Eigenschaft. Und dann synchronisiert er die mit der Cloud und legt die Daten auch beim iPhone und beim iPad lokal auf dem Gerät ab. Also, wenn ich irgendwo in der Besprechung bin und sage, ich weiß nicht, ob ich da Internet habe, dann lege ich mir das Notizbuch, was ich da vielleicht brauche in der Besprechung, sage, offline verfügbar machen. Und dann habe ich das auch, wenn ich keinen Internetzugang habe, auf jeden Fall auf meinem iPad zur Verfügung. Okay, Frage von der Sabine, die nächste. Seit ein paar Wochen habe ich Evernote im Einsatz. Nun habe ich Evernote die Premium-Version gekauft und auf meinem PC den Gratis-Download gemacht. Gemäß den Angaben von Evernote kann ich die Daten vom PC bzw. iPad ohne weiteres synchronisieren. Nun habe ich aber Daten auf meinem PC, welche auf meinem iPad nicht automatisch erscheinen. Ist dies ein PC-Mac-Problem oder müsste es gehen? Was mache ich falsch? Liebe Sabine, was du falsch machst, kann ich von hier schlecht sagen. Ich würde mal sagen, grundsätzlich machst du nichts falsch. Ich habe das Problem nicht im Zweifel immer mal vielleicht Evernote neu installieren oder ein bisschen mehr Zeit geben, wenn du es gerade neu hast. Vielleicht braucht er einfach auch eine Weile, bis er es synchronisiert hat. Aber wie gesagt, ich habe die Probleme nicht. Im Zweifel auch mal den Evernote-Dienst im Webbrowser starten. Dort sieht man immer, wie der aktuelle Stand deiner Datenbank ist. Also wenn du immer noch die Probleme hast, Evernote mal deinstallieren, wieder installieren oder mal abmelden, wieder neu anmelden, dann dürfte das eigentlich kein Problem sein. Also ich nutze das ja seit Jahren und habe diese Probleme nicht. Jetzt fragt sie, muss ich auf dem PC auch ein Premium-Abo haben oder gilt das Abo pro Gerät? Also grundsätzlich, wenn du ein Premium-Abo hast, musst du dich auf allen Geräten mit deiner gleichen E-Mail-Adresse, also mit dem selben Konto anmelden. Und dann gilt das Geräte übergreifend. Es gibt auch kein Geräte-Limit. Also du kannst das auf so vielen Geräten nutzen, wie du magst. Geräte-Limit gibt es nur in der kostenlosen Basic-Version, also Basic-Version. Da ist es dann auf zwei Geräte beschränkt. Aber alles, was ich glaube Plus und Premium oder auch im Business-Bereich kein Geräte-Limit. Einfach nur mit dem selben Account anmelden. So, dann fragt sie noch, die angelegte Struktur der Notizbücher, werden auch diese synchronisiert oder nur die Inhalte? Also wenn du eine Struktur hast in Stapeln und sowas, werden in deinem Premium-Account wird auch diese Struktur übernommen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Auf all deinen Geräten hast du dieselbe Struktur. Das gilt auch für Business, die Business-Struktur. Also wenn du im Business-Bereich bist, die Struktur anlegst, die ist auch auf all deinen Geräten gleich. Da aber die Einschränkung bei deinen Team-Mitgliedern, die im gleichen Business-Account sind, die haben alle eine eigene Struktur. Da wird die nicht übernommen. Aus was für Gründen auch immer. Habe ich auch nicht verstanden. Okay, aber egal. Kommen wir zur letzten Frage und die kommt vom Michael. Der fragt, da sind wir eben schon mal kurz drauf eingegangen. Also eher schlanke Struktur an Notizbüchern und viele Schlagworte oder für jedes Thema ein eigenes Notizbuch. Da muss ich sagen, das habe ich auch lernen müssen. Ich habe lange Schlagworte nicht genutzt, dann ein bisschen und mittlerweile nutze ich sie exzessiv. Also schlanke Notizbuchstruktur, viele Schlagwörter. Und Schlagwörter, muss ich sagen, da mache ich mir auch keinen großen Kopf zu. Klar haben wir so ein paar, die immer wieder auftauchen, um es auch einfacher zu machen hinterher beim Finden. Aber da kann man auch ein bisschen chaotisch sein. Aber Notizbuchstruktur, halt sie schmal, weil über die Schlagwörter und über die gute Suche findest du generell alles. Dann fragt er noch, wie halte ich Privat- und Business-Daten auseinander? Das ist eigentlich ganz einfach. Wenn du Business nutzt, ist das sowieso ein komplett anderer Account. Die haben nichts miteinander zu tun. Die sieht man auch nicht. Wenn man jetzt im Business-Bereich ist, sehe ich nur das Business. Wenn ich im Privatbereich bin, sehe ich nur Privat. Aber wenn du ein kleines Geschäft hast und sagst, ich habe das alles in einem Premium-Account, dann würde ich einen Stapel machen Privat als oberstes und einen Stapel darunter machen Business, geschäftlich. Und dann hast du sie getrennt. Also das würde ich auf jeden Fall machen. Und du hast jetzt hier gesagt, mit einer Rechnung zum Beispiel, wenn du jetzt Privatrechnungen kriegst oder geschäftliche Rechnungen, solltest du nur ein Notizbuch Rechnung machen. Und dann mit dem Schlagwort Privat und Business das unterscheiden. Das würde ich auf keinen Fall tun, weil das hat wirklich nichts miteinander zu tun. Da würde ich in jedem Stapel, in dem Privatstapel eine Notizbuch Rechnung machen und in dem Business-Stapel auch eine Notizbuch Rechnung und die dann da ablegen. So und dann fragt er noch, du hattest auch erwähnt, dass du alle Kundendokumente, Briefe, E-Mails etc. in einem Notizbuch zum Kunden ablegst. Aber wie wird das organisiert, wenn man zum Beispiel den zeitlich letzten Kontakt, egal ob Brief oder Mail, sehen möchte? Also eine Historie des Kunden. Ja, du hast recht, genau so machen wir das. Pro Kunde dann ein Notizbuch. Da wandert alles rein von E-Mail, Überrechnung und 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 und. Und die Historie wird ja angezeigt. Ich kann ja dieses Notizbuch, kann ich mir ja nach Datum sortieren lassen. Das heißt, ich habe immer das Aktuellste dann oben und dann sehe ich also wirklich auch die ganze Historie. Wichtig noch hier, ich würde da auch Schlagworte auch hier nutzen, zum Beispiel ein Schlagwort für Rechnung, ein Schlagwort für Auftragsbestätigung, vielleicht ein Schlagwort für Protokoll. Und so hast du dann, wenn du jetzt in den Kunden gehst, kannst du dir zum Beispiel, wenn du nach Schlagwort Rechnung filterst, siehst du alle Rechnungen des Kunden oder alle Auftragsbestätigungen, alle Lieferscheine oder alle E-Mails, alle Protokolle, was auch immer. Also da macht eine gute Schlagwortstruktur dann durchaus auch Sinn. Ja, das war es zu Evernote. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Wenn ihr Fragen an mich habt, dann schickt mir einfach eine E-Mail an fraglars at larsbobach.de. Dann gehe ich hier gerne mal in der Freitagsfolge darauf ein. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Bist du es satt, ständig auf der Stelle zu treten und du möchtest aus dem Hamster Rat endlich raus und wieder alles im Griff haben? Dann habe ich was für dich. Meine MDD Mach dein Ding Online Selbstmanagement Akademie. Mit monatlichen Videokursen und Webinaren und Frage- und Antwort-Sessions helfe ich dir, dein Selbstmanagement auf ein ganz neues Niveau zu heben, sodass du deine Ziele wieder erreichst und wieder alles im Griff hast. Melde dich am besten noch heute an. Ich freue mich auf dich. Ich 움직iere mich. So, ich möchte mich unten auf.